Ach nee. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ohne Sohn. Ah, da drüben bist du! Ich seh grad, wie du dein Spuch nimmst. Oh, oh, pst. Okay. Nimi schläft. Tja! Ist das da hinten auf den Billigplätzen? Oh, das ist so kich. Boah! Wir haben Tommi Lenzern! Oh mein Goaahd! Boah, alter. Fuck! Fuck, mein Latte Macchiato! Du hattest einen, ich will auf! Pech gehabt! Mein Name wird so Prime-TV kackt ab! Nein! Die Apokalypse! Oh, ich glaub mir ist das Gras an den Kopf geflogen. Hat geklirrt. Ich seh Beine! Oh mein Gott! Oh wie geil ist das denn bitte? Hier! Hat so ne Figur in der Hand, der Junge. Oh, da bist du! Okay, wir haben deinen Sohn verloren. Ist doch ganz logisch, weil ich will ja keine Kinder. Die Beine! Wie so ein Stück Scheiß nix, oder? Ey Johnny! Oh, zu tief. Alter, ist mir die Hände voll... Alter, siehst du beschissen aus! Du siehst beschissen aus! Obwohl, das geht eigentlich noch. Wie seh ich denn aus? Bin ich der mexikanische Drogendealer? Ja! Geil! Oh, erstmal hier alles weg, Gajan. So, äh... Gut, dann fang ich einfach mal an und sag herzlich willkommen zu... Ach, das liegt hier für ihn. ...Le Forestos, also The Forest. Ähm... Ja, dabei ist da Kakume. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, das ist richtig. Darf ich Dominik sagen? Darf ich? Darf ich? Darf du ruhig! Haha, das ist irgendwie einfacher. Äh, gut, ich bin voll. Ähm, ja, ähm, willkommen, äh, zu der ersten Folge The Forest. Äh, wir haben, äh, schon länger mal, ähm, vorgehabt, das Game im Koop zu spielen. Jetzt ist ja einiges passiert an dem Spiel. Es gab zählige Updates, hat sich viel getan. Und, äh, ich hab immer noch nach wie vor Schiss von dem Game. Oh, das ist aber... Warte mal, leg ich auch so wenig Springer? Nö. Okay, bei dir hast du... Okay. Gut, ähm... Ja, wir sind grad... Da hat deine Internetleitung liegen. Ja, die ist am Arsch. So. Wer das Spiel nicht kennt... Gibt's ja auch, äh, noch Leute, soll es geben, äh, die das Spiel noch nicht kennen. Das ist ein Open World Survival Horror Game, wo wir abstürzen hier in dieser wunderschönen karibischen Sequenz und müssen uns, klar, Survival natürlich, überleben, aber wir haben auf dieser Insel Besucher, also wir sind nicht alleine, äh, wir sind Eingeborene quasi auf dieser Insel, gegen die wir uns verteidigen und wehren müssen. Haha. Ich hoffe, äh, das wird nicht zu Horror-mäßig. Haha. 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 Ich hab echt Angst... Ey, dann macht er jetzt eine richtige Animation. Ja, ja, das ist, äh... Ihre tötet. Ich hoffe, es ist auch nicht zu laut, die Sound-Einstellungen passen, hoffe ich. Oh, ich hoffe bei mir auch. Da ist Bambi. Da ist Bambi. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Nein. Ich töte doch nicht Bambi. Oh. Ich hoffe... Also ich hab... Ich muss ja dazu sagen, dass ich tatsächlich mal ein bisschen so bei anderen, äh, YouTubern reingeschaut habe... Na klar, ich doch auch. ...nicht viel. Aber was ich gehört habe, ich habe einen wunderschönen Namen gehört, und zwar Katana. Das macht das Spiel noch viel interessanter. Ne. Echt? Also, ich weiß nicht, ob's jetzt stimmt, aber... Ja, ja. In der Höhle... Ja, ich glaub in der Höhle von den Eingeborenen. Beim Renommierten. Ja. Also, ich mein... Wird, äh, das schon bevorzugen, ehrlich gesagt. Ja, na klar. Wenn man nicht so mit einer Katana rumlaufen könnte. Ja, das ist natürlich... Weiß ich nicht, ob das OP sein würde. Schauen wir einfach mal, äh... Ich denk mal in der Höhle von den Eingeborenen, ja. So. Schön zusammenbleiben, ne? Zweier reinbilden. Ich versuch's. Weil, äh... Also, mit Rechtsklick ist blocken. Witzliches Feature. Ja, okay, cool. Wo bist du schon hin? Ach, da. Nein, 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 nein! Oh! Oh mein Gott! Das war ein One-Hit. Oh, guck mir mein Ding an, nimm ihn mit. Oh, Alter, du bist doch mies. Ey, wir brauchen Essen. Du wirst später dankbar sein. Ja, ja, ich weiß. Deswegen, ich würd sagen, wir machen uns gleich schon mal auf den Weg. Ähm, hier ist noch ein paar Koffer, by the way. Den nehm ich mal mit, weil da können ja auch Müsli-Riegel drin spawnen. So. Äh, hier ist noch einer. Ich hoffe, ich fall jetzt nicht runter. Ba! Oh! Oh! Sehr viel Cloth hab ich hier gefunden, ne? Also, Kleinung und sowas. Äh, schön auf die Umgebung auch achten, ne? Ach, da bist du. Eingebogen. Ich hoffe, die überfallen uns jetzt nicht gleich, weil dann wär ich sauer. Bam. Ach, ich auch. So. Äh, ich würd sagen, wir tigern gleich mal los und suchen uns einen guten Spot, wo wir bauen wollen, ne? Weil ich... Vielleicht am Strand irgendwie am Anfang sinnvoll? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich hab auch überhaupt keine Erfahrung in dem Game. Äh! Das hab ich gesehen. Ich hab, äh, nur Lassarungen in dem Game, ehrlich gesagt. Da war nichts. Ich hab, äh, nur Lassarungen in dem Game, ehrlich gesagt. Wollt ich. Viele Bambis noch. Aber ich fühl mich am Strand immer ein bisschen sicher, weil dann von einer Seite halt nichts kommen kann. Ja, das stimmt. Da unten, oder was? Ja. Ja, da unten ist halt, äh, wirklich abgelegen, ne? Ja. Das können wir echt mal probieren, da unten. Da musst du halt, äh, die Baumstämme halt... Vorsicht, nicht runterspringen. Ja. Ich hab, weiß nicht, ob die von hier irgendwo kommen können. Warte mal. Vorsicht. Oh, da unten ist sogar Fleisch. Guck, Bambi ist unten. Oh, guck mal, hier ist eigentlich ein schöner Weg. Guck mal hier, so wupp. Wupp. Ja. Äh, keine Ahnung, ob die... Guck schon. Da ist auch noch mal ein Bambi. Ich krieg dich! Nein, 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 nein! Hast du's bekommen? Nein! Nein! Komm her! Es packt im Stein rum. Es reißt dich einfach. Bleib hier. Ja! Nein! Was war denn das? Zeig dir jetzt, wie der ihr es macht. Ach, Schildkröten! War mal, Alter! Oh, hast du's? Ja, hier vorne. Wir brauchen Schildkröten. Guck mal, hier sind Schildkröten. Sammle mal einen Schildkrötenpanzer. Oh. Das kann man, äh, da kann man Wassertrenne, äh, aufbereiten. Ah, das klingt... Kann ich nicht so... Wie kriege ich das? Einfach hier ne Sch... Auf ne Schildkröte hauen, ja? Genau. Ja, jetzt... Jetzt müsste... Okay, sie ist tot. Dauert ein paar Schläge. Oh, es tut mir so leid. Nee, einfach auf den Kopfhauen. Das reicht. Oh, es tut mir so leid. Oh mein Gott! Es ist grausam! Wenn du auf den Kopf haust, genau auf den Kopf, dann... Hört du das direkt. Oh mein Gott! Oh, mhm! Oh, guck mal, Dominik. Oh! Hallo! Was? Siehst du meine tolle Schildkröte? Oh! Oh, Alter! Oh mein Gott! Es sieht aus, als würdest du gerade dran rumknauern. Hihi! Links Equip. So richtig wie so ein Wamm... Oh! Sowohl! Okay. Gut. Ähm, wie kommen wir jetzt wieder hier hoch? Ach, da... Kommen wir jetzt überhaupt wieder hier hoch? Puh! Okay, jetzt kann man jetzt oben... Das stimmt irgendwie. In deinem Inventar oben siehst du jetzt quasi die Turtle Shell, also den Schildkrötenpanzer. Ja. Und da kann man dann irgendwie im Survival Guide... Wie geht denn das nochmal? Äh, B. Book. Äh... Ach so, ja genau. Hier sieht man das Survival-Buch, was wir dem kleinen Jimmy, Timmy, Finn, Noah, Noel geklaut haben. Äh... Dann müsste auch irgendwo... Hier! Water Collector ist dat. Ähm... Ich stell das jetzt grad mal hier hin. Ähm... Ach, eh muss ich das machen? Eh? Tang! Schauen sie her! Und sobald es halt regnet, dann kommt hier Wasser rein und dann so viel. Genau, das sauberes Wasser dann da drin quasi. Genau. So. Bevor es dunkel wird, die Sonne scheint oben am Horizont. Ähm... Schauen wir mal rein. Was gibt ein Tier schönes da? Wollen wir gleich die Lock Cabin nehmen? Also dieses große Haus? Ich glaube es wäre sinnvoll, oder? Ja. Weil dann... Oh, 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 oh. Vielleicht schon mal... Siehst du die Blaupause? Ne. Die können wir auch oben ein bisschen nach oben bauen. Aha! Ich stell die mal hier hinten in die Ecke, ne? Ich denk das ist... Bist du einverstanden? Ja, das geht schon. So, wenn schon, denn schon? Pfff! Ein Haus in den Wolken! Ach du Kacke! Wie viel braucht man denn davon? Aber da kann man doch bestimmt ne Leiter bauen dann noch, oder? Jaja, klar. 107 Baumstämme! Ups, voll der Schnopf. Ist das jetzt deren Ernst? 107? Ist das... Das ist aber nicht realistisch, ey. Ich weiß, das ist mir auch aufgefallen. Bei einem renommierten Let's Player, wie du sagst. Ähm... Ach guck mal, hier geht sogar mehrere... Ähm... Hier... Oh, ich muss auch erst mal durchsteigen. Custom Floors... Ist das das jetzt hier? Oh! Kann man das hier so dran... Ne, geht nicht. Ähm... Bauen hier zwei... Ah! Rockpath... Defense... Simple stairs... Ist auf 6... 6 simple... Ah, ja, aber ich würd gern nochmal so ne Vorsprung bauen, weißt du? Aber gut, das ist eigentlich... Weil irgendwie kann ich nicht so... Oh! Oh scheiße! Abreißen. Ähm... Ähm... Was ist denn das hier? Zap Collector... Boah, was ist für den neuesten neuer Kram da dazukommen? Ist echt krass. Table... Ne, das ist es nicht. Ich würd gern was bauen. Utility... Wie geht denn der da... Ach, der geht dann so weiter. Tree Bridge... Ist es das? Ne, ist es auch nicht. Achso, ich glaub wir müssen das erst mal fertig bauen. Ähm... Weißt du? Also wir müssen erstmal da... Damit wir da was dran pappen können. Gut, äh... Oh, ich hab... Ähm... Habe ich noch was? Ja, ich hab äh... Okay. Energy. Mhm. So, dann würd ich sagen... Energie! Wollen wir mal ein paar Baume? Zwei von diesen... Zwei Stück? Cut! Ja, ich glaube, oder? Ich hab ja auch noch einen. Dann kann ich eigentlich sowas mal was sein. Gut, dann lauf ich mal hoch in der Zeit und äh... Klopp mal was weg. Falls... Okay. ...wir da... ...wieder hochkommen sollten. In Klammern hoffe ich. Ja, doch geht. Doch geht. Ich bin so unglaublich unbeholfen. Ich hab... So gut wie vor nichts eine Ahnung gerade. Ich glaub das... Wir machen hier Learning by Doing. Soll ich dir helfen? Ach, Quatsch. Seh ich gerade so... Ja, super. Ja, super. Boah, ich bin so gut. So, scheiße. Ich seh grad... Warte mal. Ah doch, das geht, das geht, das geht. Ich fang irgendwie hin. Warte, ich dachte... Boge. Mit dem, äh, formidablen Baum hier an. K... Ah, man muss... Äh... Ähm, hallo? Jetzt will ich den hier nicht fällen, oder was? Stell dich nicht so an. Hau nen Baum. Ah, jetzt. Jetzt. Man muss quasi, äh, wirklich... Jeden Schlag, äh, eins mit der Hand klicken, ne? Okay. Oh, ich hab... Ah, die Rehhaut kann man auch anziehen. Hab ich gerade gemerkt. Oh, gut. Na komm. Wir hauen hier, äh... Professionell durch den... Fahlfels durch. Baby hoch zu ihm. Ja. Das wird echt, äh, lustig, ne? Ach, das... Boah, da fliegt der Koffer. Bambi hat den Koffer weggekickt. Was bist du? Gott, mach mir keine Angst. Ich glaub, ich geh nach der Aufnahmesession hier mit dem Herzinfarkt raus, ey. Oh, guck. Sag mal, wie lang hau ich denn auf die Baum hier drauf? Ja, das denk ich mir auch gerade, ehrlich gesagt. Ist es denn die Möglichkeit hier? Boah, guck mal, hier wieder stolze Baumfäller! Oh, oh, oh. So, ich dropp den nach da unten. Ich glaub, das ist echt sinnvoll. Ja, das ist super. Good boy. Ich weiß auch gar nicht, wie sich die Steps dann von diesen Eingeborenen anhören. Oder beziehungsweise den Kannibalen. Es gibt ja zwei, äh, sag ich mal, Gangs. Die, die, äh, Kannibalen und die Eingeborenen. Okay. Also, ich, äh. Zugehm, ich hab halt auch Müllpeilung, was das angeht. Ich, ich hab auch richtig Angst gegen die zu kämpfen nachher. Ich weiß auch nicht, wann die erscheinen. So, Baumfäller! Einmal, kannst auch zwei auf einmal nehmen, ich denk, das weißt du, ne? Genau. Ja, das weiß ich tatsächlich sogar. Ähm, soll ich dir ein paar weiter die Bäume fällen und du gehst hin? Ähm, wenn du magst, kannst du das gerne tun. I try, I try. So. Alter, zwei von 107 Baumstämmen. Ich weiß nicht, ob das Gebilde nach 107 Baumstämme aussieht. Aber was, wer, was weiß ich schon. Ein, falsche Richtung. Blöder Baum. Du kannst, glaub ich, irgendwie die lenken, wenn du dagegen springst. Ja, hab ich versucht. Das hat nicht so ganz geklappt. Wow. Then you don't have the skill. Jetzt stell dir mal vor, einer wird uns... Das kann auch sein. War nicht persönlich gemeint. Jetzt stell dir vor, einer... Nein, nein, nein. Du doch nicht. Jetzt stell dir mal vor, einer wird jetzt weggeknechtet von den Eingeborenen oder von den Kannibalen, ne? Wir landen dann ja einer... Ja. Also, wir landen ja dann in der Höhle. In dieser Eingeborenen Höhle. Einer und... Ich hab keinen Bock da alleine, da drin rumzu... Äh... Ich geh jetzt schon mal... Äh... Einfach davon aus, dass ich die Erste sein werde, die da drin landet. Das ist bezweiflich. Hä, warum? Ich bin immer die Erste, die stirbt. Das war bis jetzt immer so. Ja, und da mach ich meistens auch nicht mit, ne? Und, äh... Nein. Oh. Oh, da oben mit. Achso, was ich damit sagen wollte... Ich weiß das jetzt nicht, äh... Ich hab doch Angst alleine. In der Höhle da. Ich komm doch nicht mit dir klar. Oh nein, Bambi ist festgepackt. Ich besorge jetzt mal Fleisch. Super. Und dann hast du auch gleich ein bisschen Deerskill. Ähm... Also ich weiß nicht, weil, ähm... Ich glaube, man spart doch beim ersten Mal sowieso direkt beim Eingang, oder? Bei dieser Höhle. Ähm... Wenn ich mich noch richtig erinnere. Ähm... Das genau weiß ich jetzt nicht. Wo man da direkt spawnt. Ich weiß, ganz am Anfang war es sehr schwer. Ähm... Wenn man da nicht direkt am Eingang gespawnt ist. Okay. Ja, ich hoffe es. Das weiß ich ja. Ich will da wieder raus. Ich hoffe, das wird mir dann auch auf der Karte angezeigt. Also... Äh... Wo mein... Unser Haus ist. Wenn jetzt stelle ich hier so einen Wimpel hin. Damit ich den mal zurück finde. Scheiße, die Sonne geht unter. Ich... Ach... Ähm... Hallo? Achso. Ich darf ruhig mal regnen. Ha! Dann brauchst du was zu trinken, oder was? Ja... Ich hab nämlich noch was. Ich hab nämlich noch was. Dann kann ich dir eine Dose abgeben, wenn du magst. Ja, ich versuch halt die Dosen irgendwie bis wirklich zum Schluss aufzuheben, weil ich glaube, dass... ... später wichtig werden könnten. Ich muss mal ein bisschen Ausdauer... ... kurz regenerieren. Hast du mal auf die Uhr geguckt, wie lange wir jetzt aufnehmen? Ähm... Ich kann's dir sagen. 16 Minuten. Ah, da... Da geht doch was. Oh, hier ist ein Koffer. Ja, nehmen wir mit OBS auch. Da wird's immer so schnell angezeigt. Ich hab einen zweiten Bildschirm mittlerweile. Ach, nice. Ja, hat sich viel getan. Ja, ich merk's. Erzählt. Der Bildschirm. Haha, ja, ne? Also, ein zweiter... Also, ein zweiter Bildschirm war für mich... ... irgendwie auch Pflicht dann. Weil, äh... Es ist so bequemer. Gerade beim Aufnehmen. Was ist das? Also, meiner steht links halt. Von mir ist... Du hast alles so... ... direkt... ... im Blick. Ja. Die roten Bären waren nicht gut, ne? Ne, nur die blauen. Die dunkelblauen. Dann lass ich jetzt die... Weil, ich hab hier rote gefunden ganz viel. Ne, 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 ne. Ich dachte, boah... Bin gut. Wir haben rote Bären gefunden. Äh, ja doch. War nein. Ne, leider net. Oh! Aber ein Feuermist war dann auch mal langsam... ... ähm... ... aufbauen. Quasi. Sachen dafür? Äh, weiß ich gar nicht genau. Ich glaub, äh, Steine auf jeden Fall. Ich glaub's... Ja, das gucken wir gleich mal. Ich... Ich... Ich schlepp mal. Oh, da hast du wieder auch schon so fleißig gefällt, mein Guter. Ja. Ja, wir sind fleißiger. Häcksler oder umkracht und böllerts. Kurz ausdauern. Ich hoffe, die kommen wirklich nicht hier runter, ey. Sonst rast ich auch. Was? Ja, wahrscheinlich schon, aber... ... wenn sie da mal unten kommen, dann kriegen sie halt auf die Fresse, weil das ist unser Gebiet. So. So sieht's aus. Ende. Mopforger. Mopforger. Ja, na, na, na... Das würde ich denen lieber nicht an den Kopf schmeißen. Ah, die wissen das eh nicht, was das heißt. Aber das ist ja egal. Was ist, wenn sie's doch wissen? Es sind Kannibalen, die früher vielleicht auch mal Menschen waren. Ah, das glaub ich weniger. Also, ich mein, sie sind Menschen. Also, das ist ja... Ja. Eine menschliche Spezies. Aber... Boah, so viele... ... hier oben liegen Medikamente. Okay, gut. Und ich darf sie nicht mitnehmen, weil ich schon zu viel hab. Also, wir haben erst mal 18 Baumstämme. An dem Teil. Das ist ja wohl ein Scherz. Ja, aber ich find das irgendwie gut. Dann geht das nicht immer so zack, 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 schnell fertig. Ja gut, aber 100 ist ja schon übertrieben. Das stimmt, ja. 107, also... Wir hätten vielleicht auch nicht gleich mit dem Größen irgendwie anfangen sollen. Ja, natürlich. Wir planen hier gleich großindustriell, mein Freund. Gerade super on wohl. Ja. Das Gefühl. Kann ich dir sehr gut vorstellen bei dir da oben. Boah. Das ist kacke. Vor allem, ich bin mit dem Rücken in Richtung Rest des Waldes. Ja, wär nett, komm wieder runter. Also... Dann machen wir... Es wird jetzt eh... Nachts wird's ja arsch kalt hier. Ja komm, dann nimm dir ein paar. Machen wir morgen früh weiter. Wir müssen das mal... Oh Gott, wird dunkel. Rip. Ja, wo ich komme. Also, ich erscheine, das reicht mir. Ich schmeiß dir die nochmal in der Ecke weiter runter, ja? Ja. Ich habe... Einfacher vielleicht. 21,107... Alter. Sehr, sehr langwierig. Hast du schon ein Feuerchen gemacht? Ja, ne. Kann ich machen jetzt. Ähm... Geht das so mit dem Holz? Ich schmeiß sie nicht auf. Oh. Sorry, ich habe die einfach runtergeschmissen. Wir brauchen Blätter. Ne, macht nix. Ist ja alles gut. Und, äh, klatsch das Feuer mal kurz mal hier hin. Okay, wir brauchen noch zwei Stöcke, bitte. Und die zwei Steine bekomme ich hin. Okay, dann, ähm... Nur noch Blätter. Aber ich glaube, die habe ich hier unten nicht. So langsam gehe ich nämlich out of, äh... Out of Fleisch. Oh Gott, das ist dumm. Out of Fleisch. Und, Alter, wie weit er die einfach wirft. Ich... Muss jetzt runterkommen. Ja. Ich weiß nicht, reagieren die auf Licht? Ich habe keine Ahnung. Ich... Kannste leider auch nicht sagen. Weil sonst würde ich nämlich gerade mal mein Feuerzeug ausmachen. Bestimmt, oder? Die sind bestimmt... Die KI ist bestimmt mittlerweile wirklich so weit, dass die da drauf reagiert. Also, was ich weiß, ist, es ist wirklich verdammt dunkel. Ja, das, äh... Weiß ich jetzt auch. Ich habe das Feuer mal angefacht jetzt hier. Mhm. Cool. Hast du Fleisch? Das kann auch verderben, ne? Ja. Also, ich habe gerade alles, was ich hatte, ähm... draufgeschmissen. Okay, gut. Ich hoffe, ich sehe das auch, dass ich das nehmen kann. Oh Gott. Ausdauer. Solche Wärme. Mhm. Warte, was habe ich denn hier so stilles? Raw? Okay, ist noch alles gut. Hungry, thirsty, carvered blood. Was ist denn... Oh, jetzt sollte man ins Wasser gehen. Ah, ich kann es schon essen. Yum 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 yum. Stimmt, man kann jetzt auch irgendwie... Ich glaube, Krankheiten? Ja. Oh, hier drin war ein Seil! Ja. Hab ich mir schon gekrallt. Sorry, hätte ich ja sagen sollen. Ey, einem so ein Stück Fleisch hat gereicht? Mhm. Ja gut, das wird mir auch reichen. Das ist vielleicht nicht so gut, dass ich die... Oh, bin ich froh, wenn die Hütte vorher fertig ist. Ähm, du hast da ganz schön viel draufgepackt. Alles, was ich hatte? Ich dachte, das wäre intelligent, aber scheinbar nicht so. Okay, da liegt noch. Warte mal, ich hole mir da den einen Lock. Aber es sieht doch schon ganz gut aus, wenn wir dann noch eine schöne Brücke hochzimmern. Oder generell halt. Ach guck, da ist so ein Teil. Ah, okay. So ein Vorsprung, was ist da an der Tür? Jetzt haben wir gerade mal 31 Baumstämme. 31. Boah, ich hab voll die Paranoia hier schon, ne? Also bis jetzt ist es ruhig, ne? Sagte sie und es ging los. Irgendwie schon. Ich weiß es genau. Mach das nicht. Ja. In den frühen Eifer... Das geht. Stimmt. Stimmt, dass wir den Walkie-Talkie... Das können wir ja auch mal machen. Dass wir getrennt... Obwohl, ne. Ich hab Angst allein. Oh, ich hab übrigens... Ja? Ich hab übrigens Aloe Vera. Oh, das ist gut. Ich... Ich hab's grad gegessen. Außer sich. Geil. Ach guck, wir können hier... Molotow Wire Trap. Ach geil. Hier geht's auch fallen. Advanced Traps. Ach guck mal. Oh, Aua. Was war das? Oh, du bist doch so ein Arsch, Alter. Oh, Alter. Ich dachte, die kommen von hinten jetzt. Boah, du bist so ein Arsch. Oh. Mein Herz. Ich guck, weiß nicht. Ich guck gerade so oben am Rand über mein Buch, ob der eingeboren ist und weißt, in dem Moment macht er so... Oh, mein Herz. So. Was gibt's denn noch? Climbing Rope. Ach, nice. Ja, das... Das brauchen wir doch. Damit wir da hochklettern können. Später. Ach, du willst, äh... Mit dem Seil da hoch? Okay. Ja, damit die Eingeborenen nicht hochkommen, ne? Ja, stimmt. Dachte ich. Ja, gut. Kann man das Feuer irgendwie löschen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Oh nein, nein. Nicht reinstehen. Und dass das so ein beleuchtetes Buch ist, find ich ziemlich genial. Achso, da... Ah, okay. Da ist sogar so ein Leuchtestift oben drauf. Ja, ja. So ein... So ein... So ein Taschenlampe. Ach, guck mal. Hier gibt's auch... Stats. Was ist das denn alles hier? Effigy? Ach, wir hätten auch ein Hausboot nehmen können. Hä? Hätten wir nur 48 gebraucht. Wir Pappnasen. Ach, Days Survived 0. Ach, guck mal. Jetzt haben wir sogar Statistik. Sanity 100%. Fünf... Ah! I understand. To-Do-List. Find Timmy. Set up camp. Find a missing... Amity. Also wir sind noch komplett am... Anfangen. Am... Okay. Gerade so wahrscheinlich. Was ist denn das? Ach, ach, guck mal. Jetzt gibt's sogar Crafting... Äh... Rezepte. Das ist ja cool. Health plant. To make a health plant. Combine marigold and aloe. Werte gut, du hast du jetzt gegessen? Ja. Aber ich hab noch einen, also... Okay. Geil. Alter, wie da dauert denn die Luft. Aber wir haben ja beide, glaub ich, grad kein Problem. Gerade so mit Schaden oder so. Nee, also noch nicht. Boge. So weit bin. Guter Boge. Feder. Wir brauchen Federn später nochmal, ne? Mhm. Gab's hier einen Bogen? Ja, klar. Gab's hier fern? Oh, ja. Gab's noch Feuerbogen? Das ist... Ziemlich cool, ne? Wenn der immer noch so OP ist, der Bogen, der mit dem Feuer, dann, äh... Finde ich das cool. Ich sammle mal ein paar Steinchen drauf. Och, ein Seestern. Wollen wir einfach mal ein bisschen am Strand langgehen? Nee. Hier ist ja gar nix mehr. Jetzt, so. Na! Bleib hier. Wir machen das mal am Tag. Ich schwimme so am Tag immer nütlicher. Das ist doch nur Schiss. Ja. Oh, oh, ne, oh. Ich dachte schon, ich treff dich. So, wollen wir mal ein Folgenpäuschen machen? Ich denk... Einmal? Ist jetzt, äh... Ah! Hör auf! Ah! Aua, aua! Scheiße, scheiße! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Was? Du bist besser als jeder im WC. Pff, lol! Das war voll ins Feuer gerade. Ja, ich weiß. Ich hab's noch nicht so mit der Steuern hier. Sorry, das war fies. Mythorisch gestört. Ähm. Achso, ja. Folgenpäuschen, yes. Weil ich denk, jetzt passiert, wir warten ja sowieso nur auf den Tag jetzt. Äh. Das ist richtig, ja. Gut, dann sag ich mal bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Äh, damit wir sehen, dass euch das Let's Play gefällt. Und dass wir, äh, natürlich Motivation am, ähm, vorproduzieren haben. Ah, haha. Ja. Das macht sogar Schaden. Ja, na klar. Ich hab voll Leben verloren schon. Ach so, richtig. Ja, das wusstest du nicht. Alles klar. Okay. Okay. Okay, sorry. Okay. Gut, äh, dann sag ich mal bis zur nächsten Folge. Und, äh, schönen Tag noch. Und, äh, doch nicht vergessen. Tschüss. Bis. Ciao. Ciao. Ciao.